Ich heiße Sie willkommen auf unserer Website und dies könnte in der Tat ein Glücksfall für Sie sein in Ihrem beruflichen Leben, dass Sie auf unserer Seite gelandet sind. Ich finde, wir sind ein unheimlich interessantes Unternehmen durch die Internationalität, Einzelhandel, Großhandel, Import, Export. Ja, und ich finde, international aufzutreten, mit Menschen aus allen Herren Ländern zusammenzuarbeiten, finde ich hochinteressant. Darum, ich würde mich hier bewerben, ja. Ja, weil wir mit tollen Produkten arbeiten, weil wir international arbeiten. Und weil wir zwei schöne Chefs sind. Nein, weil wir eine Familienfirma sind. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, und uns beiden bringt die Arbeit unglaublich viel Spaß. Und wenn Ihnen das gelingt, dieses Feld, diesen Markt so zu entdecken, wo Sie jeden Tag eigentlich wieder was Neues sehen können, dann kann man Ihnen nur gratulieren zu Ihrem Arbeitsplatz. Ja, und dann wird es ist ein ganz stärkeres. Vielen Dank.